Ach, das geht schon gleich tausendmal schneller mit der Axt. Ancient ist auch ein Standartenträger, also... Ja, ja. Aber Standartenträgerstaub wird unangenehm. Da sind also die ganzen Menschen hin, auf dieser Insel. Gut, das hat sich jetzt gebracht. Nee, kann jetzt einfach nur ein letztlicher Satz. Ja, das ist eigentlich zu erwarten, oder? Vielleicht wachsen dort noch was, irgendwas? Naja, lass mal in meinen Ruhe. Wo ist meine Eichel? Sorry, aber... Ja, ja. Ich wünsche Regen. Und garantiert 100% jugendfrei. Also möglichst frei von Jugend zu halten. Ich brauch mal so Art Cobblestone vielleicht. Hau in die Kiste hier, guck mal. Guck mal, Kiste hinter dir, hinter dir. Ah, da Kiste, okay. Ja, danke. Hau in die Hände, Tate, ja. Cool, ich will auch cool. Zerhaue ich gleich. Ja, ich... Ich auch. Aber ich zerstäube sie direkt. Also bist du ein Stäuber? Äh, oder Stäuber. Alter, jetzt ist es schade. Genau. Du hast meine grabe Identität... äh... gelüftet. War mal nötig. Jetzt musst du dich vor allen verstecken, weil... Ist gut. Keine Ahnung. Es war mal nötig. Die wird langsam etwas muffig. Deine Identität wird muffig. Ja, deswegen hat sie gelüftet. In erster Weise. Ach's. Du kannst das einfach nicht so schlecht wie ich. Bei dir passt das nicht. Sehr gut. Mach halt selber. Hau du lieber weiter mit deinem Holzhammer auf die blöden Blöcke ein. Also, ich hab schon Steinhammer. Oh, find's ich jetzt cool oder was? Oh ja. Aber so richtig. Ich bleib trotzdem hierbei fürs Erste. Bis der kaputt ist. Danach um erst ein Steinhammer. Oder vielleicht schon ein Eisen. Also, ja, zerstäuben wir den gleich komplett. Oder wollen wir auf Grouch bauen? Ne, machen wir gleich komplett. Weil das kann ne Weile dauern. Und dieses Fungus am Ungus, das scheint nicht allzu lang zu tauchen. Wenn wir mal Regen haben. Ich glaub, also, in dieser englischen Aussprache, Among Us, sollten wir wirklich mal einfach... Wir sollten mal so ein Video einfach aufnehmen, auf Englisch hochladen. Fungus Among Us? Wo wir dann so reden. Among Us. Du hast doch mal angefangen. We, Al, Heere, To, Play, Minecraft. Äh, gibt's schon. You know. You know. You know that. Äh, alle Redi. Äh, äh, Zappa, welcome to America. Vom Ensemble modern oder sowas in Richtung. Und was modernes. Ja, Zappa, also Essen. Fast. So, durch mit dem Staub und durch mit dem Staub. Mit dem Staub? Ja, ich sehe gerade Staub. Was würdest du machen? Würdest du die... Die Pilze. Die kriegst du aber mit Sand. Ja, ich weiß. Aber dafür brauche ich ein Tick gesporen. Die krieg ich aus Staub. Aus Sand. Aus Sand. Aus Sand. Sand. Gut. Glaube ich. Ja. Ich meine, da stand Staub. Ja. Plenty, Spore, Dad. Witchwater, bla bla. Ja, Sand. Okay. Da war es einen zu viel. Egal. Haben wir genug Kobbel. Ja, ich habe mal eine zweite von den Ziftern da gebaut. Oder nee, wie heißen die? Stoke Seave. Seave. Hm? Ah, wo platziere ich die denn? Na, da oben. So viel Zeugs. Wie weißt du denn die ganzen Böden-Setzlinge auch mal abgibst? Na, die Weichen im Tavis, die verbraucht sind. Ah. Na gut, es regnet. Trotzdem, äh, genau. Sand verstauben. Irgendwas, dass ich Stein versand, so rum. Mach das aber drinnen lieber, ne? Wieso? Weil ich das sage. Weil du ansonsten keine Items kriegst, anscheinend. Hä? Ja, ich habe jetzt keine Ahnung. Acht Sand durchgehauen und nichts gekriegt. Im Regen. Ja, du musst halt echt drin sein. Gott, das ist das Kacke. Gut, alsminis haben wir jetzt wieder Wasser. Jetzt sind die Barrels draußen alle leer, beziehungsweise mit Wasser gefüllt. Ciao, na. Wir brauchen schließlich recht viel davon. Wäre es nicht einfacher, die alle nebeneinander zu platzieren und dann zu schlagen? Oh. Das habe ich alles bekommen. Wäre es nicht einfacher, wirklich erstmal Staub zu machen? Ich glaube, das hat ich doch schon. Ich war jetzt Sand. Sag-U-A-R-U-F-U-T. Keine Ahnung, was das ist. Wo ist denn die her? Aus Sand gesieft. Na froh, ich. Und Kaktussan. Cool. Alles in Sand drin, ist ja klar. Kakao, ey, geile Sache. Logisch, das ist das reinste Feind in der Wiesensund. Ich mach mal noch ne Doppelchest für so, äh, ja, für die ganzen Oars. Anders nicht mal acht. Ach, was weiß. Gut, das heißt, den Sift da drin verwenden, oder wie? Hm. Die Oars sind da drin, oder? Schon ziemlich zen hier. War was? Crushed iron ore. Crushed nickel ore. Ich glaube fast, dass die ancient... Lies mal nach, ob die wirklich aus Sand sind. Ich glaube fast, ja, aber... Darf ich noch mal sehen, kann das sein, dass sie wirklich selten sind? Äh, Sift sein, until you receive ancient spores. Das ist das... Ist das der Sifter? Äh, der... Das ist... Ja, Sief halt. Ja. Das ist halt, was bei den Fischen steht, was ist das? Sifter. Das ist ein Sifter. Der macht aus, äh, irgendwas pflanzlichem, äh, Bates für die Fische. Okay. Also, komplett unnütz. Ja, weiß ich nicht mehr, denn hier steht Sift und nicht Sif. Eben. Echt? Steht das Sift? Da steht Sift. Sift Sand, ja. Oh, okay. Äh, PKX, PKX, welchen nehme ich diese hier? Warte, das probiere ich schnell mal aus. Ob man den da überhaupt rein tun kann. Hast du noch Sand dabei? Den kann man da gar nicht rein tun, Sift. Okay. Also, es ist wahrscheinlich doch Siefen. Nein, ganz ehrlich, das macht sich nicht so viel besser. Gut. Ich glaube, jetzt sind wir aber an der Stelle, wo ich den ersten Cut setzen kann. Ja, würde ich auch sagen. Oder auch nicht, je nachdem, ob ich es vergessen habe oder nicht. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass man das so macht, dass, ähm... Nein, kann es nicht Aufnahmen aufhören. Ja, dann gehe ich gleich einfach. Wieso, es ist doch erst ab zwei. Aber ich habe vielleicht noch was anderes vor, beziehungsweise... Ich kann jetzt nicht ganz... Ich kann doch jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit dir zuschauen und dir nichts tun, weil das wirklich langweilig ist. Das wohl, ja. Und der hat jetzt die drei nicht unterhaltsam genug, um mich hier wirklich die ganze Zeit lang hin zu fesseln. Was willst du denn hören? Ohne dich sind wir noch ununterhaltsamer. Ja, dann ist es doch ein guter Punkt, um die Aufnahme zu melden. Ach, ich würde aber noch nicht laufen. Ja, dann sei es vielleicht unterhaltsamer. Aber warum? Ja, weil ich ja sonst nicht gehe. Nein, du ist nicht. Ja, dann sei unterhaltsamer. Hey, ähm... Ja. Ja. Genau. Ähm... And you failed. Hey, es ist gerade voll lustig hier. Es macht gerade voll Spaß, weißt du? Was? Es ist voll der Daumen. Wir spielen hier gerade. Ich will ja, kann man nicht mit dem Grindstone was machen? Mit dem Grindblast? Grindstone von Applied Energistics. Es ist praktisch ein manueller Meserator. Ja, bestimmt. Müsst man da nicht Cobblestone auch in Sand wandeln können? Das ist von Multiblock, glaube ich. Nee, ist kein Multiblock. Nee, der Grindstone ist ein Einzelblock. Ui, okay. Der Grindstone ist nur so ein einziges Teil. Der packst du dann so ein Stück Holz rein und drehst das im Kreis. Achso, okay. Also wie so ein kleiner Mörser. Ja, ja. Eigentlich eher wie so ein... Mühlsteinrad, aber ja. Achso, ja gut. Obwohl Mühlstein ja auch ein großer Mörser ist eigentlich. Aber ich glaube, ich... Ich sifte jetzt eher mal ein bisschen Gravel, weil da kann es auch sein, dass da... äh... ...Redstone rauskommt. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen nützlicher. Okay. Ja, für die Tools, ne? Ja, weil vielleicht können wir dann unsere... ...Coppelgen gleich komplett automatisieren, weißt? Das wäre ganz cool. Ja, das ist cool, ja. Und vielleicht kriege ich ja doch Ancient Swords aus Gravel raus. Wer weiß. Unwahrscheinlich. Hm. Gut, ich meine, ansonsten... ...nehme halt doch da die... ...Smeltry. Das habe ich gesagt, da brauchen wir mal 18 für, ne? Wofür? Für das Mühlschwey. 18, äh, mal dieses Rezept machen. Aber nicht zugehört. Das ist zu viel. Das ist echt zu viel. Ich habe das nicht so oft gemacht. Oh, fuck, ich habe ja gehört. Wie hast du das denn gemacht? Warte, ich rechne es dir schon gleich aus. Okay. Ähm... Da kam jetzt so rechts hin aus, gemischerweise. Groud. Du brauchst für... ...9 Blöcke... ...9 Kabel ergeben 8 Brüder. Merken. Das heißt... ...da braucht man... ...9 Kabel. Ich pflanze mir noch ne Limette. Ich krieg grad schon mal eben. Ja, das Wafferding auch. Die Rechnung daher. Ja, das helft ich auch mal, Dregel, äh, Dregel, genau, Gravel hinterher. Ne, lieber Sand. Ich realisiere es runter auf 8. Okay. Broken legs, broken nickel, broken leg. Das ist schon toll, dass wir praktisch aus den Setzlingen Erze rausziehen können. Okay. Voll lupisch. Äh, 5 mal das Rezept auch mal. Also 5 mal das 8er Groud Rezept. Echt? Also so 8 mal 9, äh, Cobblestone. Ein bisschen mehr als ein Stack von Cobblestone. Okay. Und den dann halt dementsprechend verarbeiten. Okay. 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 Ich glaub, das hat alles Simon geklaut. Hm, was, Eisen? So, so? Ne, äh, Stein. Stein und so. Ja. Na ja. Wieso hab ich da jetzt nur... Hä? Hä? Hm? Ich hab jetzt gerade aus 4 Gravel nur 2 Sand rausbekommen. Ach, Quatsch. Was? Die sind hier hinten durchgeflogen. Okay. Whatever. Wie viel Kabel hast du denn jetzt? Ich hab jetzt gar keinen mehr. Ich hab nur noch Sand. Und wie viel? Für 8. Okay. Ja, dann sparen wir jetzt mal auf das Rezept da. Da kriegst du noch ein bisschen mehr Sand. Okay. Also war's jetzt? Smeltery oder Pilze? Smeltery würde ich sagen. Weil die ist super. Die ist gleichwertig. Okay. Hm. Hm. Ich glaub ich hab mich verrechnet, aber... Naja, so ungefähr willst du hinkommen. Hm. Machen wir's jetzt einfach mal... 4 Mal und dann wahrscheinlich... Okay. Soll ich dir am Zerschlagen helfen? Eh? Mir? Ja? Nicht? Ja, doch. Komm schon mal. Warum sind wir noch Gravel? Äh, ja. Mach du mal das Gravel, ja. Das sind 16 Stück. So. Sind 16 Gravel? Sind 16, ja. Und dann braucht man noch 4 Mal Sand. Äh, ich mein 4 Mal das, sorry. Hä? Ja, aus den 4 machst du jetzt das. Aus den 4 Sand, die du jetzt hast. Ich hab jetzt erstmal 4 Gravel. Okay. Dann machst du daraus jetzt das. Staub. Ja. Genau. Dann braucht man Wasser. Ja. Momentan haben wir noch genug. So. Sehr gut. Dann kann man da schön Clay draus machen. So. Fertig. So. Jetzt machst du das Gravel Rezept, wenn ich dir den Sand gebe. Da. Jo. Stimmt. 32. Passt. Gut, dann... Kohle liegt auch schon drin. Jo. Wunderbar. Das wird zwar glaub ich nicht reichen, aber... Ne doch. Sind sehr genau 4, die drin sind. Passt. Ja, ne. Ich mein... Das wird noch nicht reichen, das Gravel. Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ja, 36 brauchen wir. Okay, ja. Dann mach ich noch mal ein Rezept. Da reicht aber zweimal das kleine. Warum? Weil ich aus dem kleinen 2 rausbekomme. Wir brauchen ja nur noch 4, nicht mehr 8 drauf. Ah, okay. Ich hab Hunger. Ja. Ich hab Hunger. Ja. Haben wir doch irgendwas vernünftiges, oder? Warte. Hier. Hier. Und einmal Sand, genau. Ähm. Haben wir noch was zu essen? Boah, sieht schlecht aus. Blackberry-Choose. Na. Cherry. 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 Haben wir noch. Ja, das ist noch. Äh. Wie ist mit dem Baum aus? Haben wir wieder Äpfel. Wappel ist geeinert. Nichts gekommen. Haben wir noch ein Clay? Wo ist denn der eine Clay? Der Smokes hat größer ein Clay. Äh. Hier. Ja. Danke. Dann haben wir wieder in einmal. Boah, war da viel Cobble drin. Sehr gut. Ach. Mach ich mal eine normale Firmus, oder? Ne, wieso? Die Kleine reicht doch. Ja, wollen wir noch Essen kochen wollen nebeneinander? Ah. Eine geht noch. Zack. Ja okay, scheiße, da kann man es nicht mehr sehen. Na? Äh. Ja. So, keine Fallen sind zusammen. Oh. Oh. Oh Ja, da muss ich nur noch kürzeln legen.